Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von Musix.TV. Ich bin Sebastian und heute zeige ich euch die neueste Version des Fame MS58. Das Fame MS58 MK2 ist ein dynamisches Gesangsmikrofon und optimal zu verwenden sowohl im Proberaum als auch bei der Bühne. Sowohl für Lied- und Backing-Vocals ist es eigentlich immer der perfekte Begleiter. Wir haben ein sehr ökonomisches Mikrofon mit tollen Eigenschaften, die absolut bühnentauglich sind. Das Fame MS58 kommt zu euch nach Hause in dieser schönen Box. Darin findet ihr neben dem Mikrofon natürlich die Bedienungsanleitung mit dem Datenblatt und eine Mikrofonklemme. Angeschlossen wird das Mikrofon wie üblich über ein XLR-Mikrofonkabel. Der Frequenzgang dieses Mikrofons liegt dabei zwischen 50 Hz untenrum bis 14 kHz im Höhenbereich. Weitere Informationen sowie interessante Bundles und Sets, zum Beispiel das Mikrofon mit Stativ oder mit einem XLR-Kabel, findet ihr wie immer auf www.musicstore.de.